Auf die Plätze, fertig, los! Ich bin auf jeden Fall mit neuen Treffen nicht zufrieden, Spaß war. Ich denke, das war schon okay. Wahrscheinlich die einen Tick ohne Konzentration und dann hat neben dem Tor gelaufen, aber trotzdem, neun von zehn, ich denke, ist okay. Die kleine Unkonzentriertheit kostet Primoz Prost die Führung in unserer Club-Challenge-Wertung. Mit neun Treffern in 49 Sekunden erobert er für den TVB Stuttgart aber den zweiten Tabellenplatz hinter Bad Ravensbergen.